Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Fil, der Elefant, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Hat er nicht ihre List misslegen lassen und Vögel in Scharen über sie gesandt, die sie mit brennenden Steinen bewarfen und sie dadurch wie abgefressene Saat gemacht? Bismillahirrahmanirrahim, Surah Quraysh, die Quraysh, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, für die Vereinigung der Quraysh, für ihre Vereinigung zur Reise in der Karawane des Winters und des Sommers. So sollen sie denen, dem Herrn dieses Hauses dienen, der sie speist, nachdem sie gehungert haben und ihnen Sicherheit gewährt, nachdem sie in Angst lebten. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Ma'um, die Hilfeleistung, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Hast du den gesehen, der das Gericht leugnet? Das ist der, der die Weise wegstößt und nicht zur Speisung des Armen anspornt. Wir denjenigen Betenden, die mit der Verrichtung ihres Gebets nachlässig sind, die nur dabei gesehen werden wollen und die Hilfeleistung verweigern. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Kawzer, die Überfülle, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Wahrlich, wir haben dir in Überfülle gegeben, darum bete zu deinem Herrn und Schlachtopfertiere. Wahrlich, der, der dich hasst, ist es, der vom Segen der Nachkommenschaft abgeschnitten ist. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Kafirun, die Ungläubigen. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Sprich, O ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde nicht Diener dessen sein, dem ihr dient, und ihr werdet nicht Diener dessen sein, dem ich diene. Ihr habt eure Religion, und ich habe meine Religion. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Nasr, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Wenn die Hilfe Allahs kommt und der Sieg, und du die Menschen zur Religion Allahs in Scharen übertreten siehst, dann lob preise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich der, der die Reue annimmt. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Masad, die Palmfasern. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Und auch er selbst soll zugrunde gehen. Nichts soll ihm sein Vermögen nützen, noch das, was er erworben hat. Er wird in einem flammenden Feuer brennen, und seine Frau wird das Brennholz tragen, um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Ikhlas, die aufrichtige Ergebenheit. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Sprich, er ist Allah, ein einziger. Allah, der Absolute, Ewige, Unabhängige, und von dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, und ihm ebenbürtig ist keiner. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Falaq, das Frühlicht. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Sprich, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des Frühlichts, vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie hereinbricht, und vor dem Übel der Knotenbläserinnen, und vor dem Übel eines jeden Neiders, wenn er neidet. Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-Nas, die Menschen. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Sprich, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, der entweicht und wiederkehrt, der den Menschen in die Brust einflüstert, sei dieser von den Jinn oder von den Menschen.